Mein Name ist Thomas Kersing, bin seit 28 Jahren hier im Unternehmen beschäftigt. Ich bin nach der Ausbildung nach Mannesmann gekommen, zur Aushilfe erst mal und daraus sind dann 40 Jahre geworden. Ich bin zu Mannesmann Linepipe durch meinen Bruder gekommen. Er arbeitet persönlich auch hier im Betrieb. Mannesmann hat in unserer Familie eigentlich immer schon Tradition. Mein Opa hat hier 31 Jahre gearbeitet, mein Vater hat 42 Jahre hier gearbeitet, mein Bruder 15 und ich bin jetzt mittlerweile auch 33 Jahre hier und mir wurde das eigentlich von Anfang an schon in die Wiege gelegt, dass ich hier irgendwann mal anfange. Auf Mannesmann bin ich gestoßen durch Mitarbeiter, die das empfohlen hatten und ich bin sehr stolz jetzt hier die Ausbildung zu machen. Mannesmann kennt in Remscheid eigentlich jedes kleine Kind sogar, weil Mannesmann ist eigentlich die Firma hier in Remscheid. Jeder hat irgendeine Geschichte auch zu Mannesmann. Ach, ich habe mal in der Mannesmann-Villa gewohnt. Ach, ich war auf der Mannesmann-Schule. Ach, mein Vater hat hier gearbeitet, mein Opa hat hier gearbeitet. Ich war vier Jahre in der Mannesmann-Grundschule sogar, habe mir dabei eine Mannesmann-Wohnung gekauft und wenn ich selbst zum Friedhof gehe, zu meiner Oma und Opa, dann komme ich noch an die Gräber von Max und Reinhardt vorbei. Durch die Gebühr der Mannesmann ist ja das Rohr von denen entwickelt worden und steht damit bis heute für eine sehr hohe Qualität. Das ist, also hier sind wir in dem Werk, wo das erste nahtlose Rohr der Welt gefertigt wurde. In der historischen Halle, dort haben wirklich die Brüder Mannesmann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nachts immer daran getüftelt, dass sie dieses Rohr entwickeln können. Mannesmann das Rohr steht für hundertprozentige nahtlose Edelstahlrohre und hundertprozentige Qualität. Ja, Mannesmann-Rohre stehen für beste Rohre der Welt, eins a Qualität. Mannesmann-Rohre sind dafür bekannt, dass sie einen sehr hohen Standard, eine sehr hohe Qualität haben und langlebig sind. Mannesmann das Rohr, das bedeutet für mich Rohre in bester Qualität. Mannesmann das Rohr bedeutet für mich, ein nahtloses Rohr mit allerhöchsten Qualitätsansprüchen herzustellen. Mannesmann steht für Qualität, unsere Kunden wissen das. Mir ist bei meiner Arbeit wichtig, dass die Kunden sich von vornherein wohlfühlen, bedingt durch unsere Qualität, die wir liefern. Mannesmann ist ein sehr großer Konzern, der weltweit bekannt ist, der für Qualität und für Know-how steht und das möchte ich auch so mit unterstützen, mit meiner Tätigkeit. Mannesmann das Rohr steht für Qualität, Innovation und Service. Man kann hier mit Kollegen international große Projekte aufziehen, mit ihnen zusammenarbeiten in einem guten Team. Mannesmann ist ein innovatives, globales, weltweit orientiertes Unternehmen. Mannesmann-Rohre haben einen sehr guten Ruf in der Welt, sie sind weltweit bekannt. Wir machen Rohre, das werden wir auch hoffentlich in 100 Jahren noch machen, aber wir machen das mit unterschiedlichsten Fertigungsverfahren, wir machen das mit unterschiedlichsten Werkstoffen. Das heißt, da versuchen wir uns immer wieder ins Spiel zu bringen und immer wieder zu sagen, okay, da gibt es auch noch Möglichkeiten sich weiterzuentwickeln. Wir sind Mannesmänner, das heißt, wir haben auf unserem Rücken, auf unserem Rucksack Tradition. Das ist ein Pluspunkt, den wir mitbringen. Diese Tradition auf der anderen Seite verpflichtet aber auch weiterhin innovativ tätig zu sein. Mannesmann das Rohr bedeutet für mich ein Traditionsunternehmen, was eine hohe Qualität liefert und auch in die Zukunft investiert. Mannesmann das Rohr bedeutet für mich, Zukunft mit Tradition zu verwenden. Mannesmann das Rohr bedeutet für mich Qualität und Zukunft. Mannesmann das Rohr steht für mich für Zuverlässigkeit, Qualität und Zukunft. Bei Mannesmann zu arbeiten bedeutet für mich einen sicheren Arbeitsplatz für die Zukunft und die Möglichkeit mich weiterzuentwickeln. Mannesmann das Rohr bedeutet für mich, Mannesmann ist mein Leben. Also Mannesmann ist mein Leben und auch für meine Familie. Ich bin stolz bei Mannesmann zu arbeiten. Ja, ich bin stolz bei Mannesmann zu arbeiten. Ich bin stolz bei Mannesmann zu arbeiten. Mannesmann das Rohr. Untertitelung. BR 2018